Alle Sterne, alle, wünschen euch ein frohes Fest. Alle Sterne, alle, wünschen euch ein frohes Fest. Himmlischer Besuch im Kindergarten zum Guten Hirten in Nürnberg-Langwasser. Das Christkind sorgt für strahlende Gesichter. Die Christkind war cool. Flügel und Gold war's. Goldene Kleider. Alle mal herkommen, ruft das Zwergmädchen Mina aufgeräten. Ich hab etwas gefunden. Das Christkind Nelly Lunkenheimer hat ihr Geschichtenbuch ausgepackt. Die Kinder hören gespannt zu. Ihr Job macht der 17-Jährigen sichtlich Spaß. Die Kinder waren total aufgeweckt. Es hat richtig Spaß gemacht. Immer wenn ich mit den Kindern bin und mit denen interagieren kann, macht das am meisten Spaß am Tag. Es war sehr schön gerade. Eine halbe Stunde nimmt sich das Christkind Zeit für die Kindergartenkinder. Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen, ist bei dem gefüllten Terminkalender in der Vorweihnachtszeit bestimmt nicht immer einfach. Ich hab ein tolles Team, das mich unterstützt. Meine Fahrer, meine Betreuerin. Ohne die würde ich es gar nicht schaffen. Die Energie nehme ich auf jeden Fall aus der Freude der Kinder, aus den Erwachsenen. Und dann schaffe ich das. Für Nelly geht es gleich in den nächsten Kindergarten. Über 100 Termine stehen für das Nürnberger Christkind in der Vorweihnachtszeit an. Damit macht sie sicherlich viele Kinder, aber auch Erwachsene glücklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017